Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Unser Thema heute Abend, Baustelle Europa, die EU zwischen Brexit, Italiens Schulden und Macrons Visionen. Was bedeutet das alles für jeden Einzelnen von uns? Wohin bewegt sich die EU und was für ein Europa wollen deutsche Politiker? Das frage ich heute unsere Gäste, denn der Countdown läuft. 181 Tage sind es noch bis zur Europawahl am 26. Mai 2019. Eine Wahl, die eine wichtige Weichenstellung für uns alle in Europa sein wird. Und ich begrüße dazu ganz herzlich unsere Gäste heute Abend. Nicola Beer, Bundestagsabgeordnete, FDP-Generalsekretärin und jetzt Spitzenkandidatin Ihrer Partei für die Europawahl. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und mitin Hagverdi von der SPD, ebenfalls Bundestagsabgeordneter im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und Brexit-Beauftragter für seine Fraktion im Bundestag. Auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Adverdi, ich habe gerade erwähnt, Sie sind auch Brexit-Beauftragter für Ihre Fraktion, jetzt nach dem EU-Gipfel am Wochenende. Wie optimistisch sind Sie, dass der Brexit, wenn man es so sagen kann, jetzt wirklich auf dem Weg ist? So optimistisch wie auch vor dem Wochenende, denn das Problem lag nicht an diesem Wochenende, sondern was danach kommt. Wir haben jetzt auf europäischer Ebene, die Mitgliedstaaten haben ihre Bereitschaft erklärt, den Vertrag so zu machen, wie er jetzt vorliegt, so einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus Europa zu gestalten. Und jetzt ist der Ball in Westminster. Jetzt muss das britische Parlament entscheiden. Und da haben wir wenigstens gemischte Meinungen. Zurzeit sieht es schlecht aus. Wenn Sie im nächsten Jahr in das Europaparlament ziehen, was glauben Sie, welchen Stand wir dann haben? Ist Großbritannien dann ausgetreten? Also so wie es jetzt theoretisch erstmal auf den Weg gebracht ist? Ja, also bis zum März wird sich ja entscheiden, ob Theresa May die Mehrheiten hinter sich bekommt für diesen Deal oder ob wir einen ungeordneten Brexit bekommen. Weil klar ist, dass jetzt der Brexit kommt. Ich persönlich glaube nicht mehr an ein neues Referendum, zumal da ja auch die Mehrheiten in Großbritannien jetzt nicht ganz so sicher auf die Pro-Seite, also auf den Verbleib gewechselt haben. Die Umfragen sind weiterhin knapp. Aber die Umfragen sind nach wie vor sehr knapp an dieser Stelle. Also von daher, ich glaube, wir tun gut daran, uns auf den Brexit vorzubereiten. Und zwar immer noch auf beide Varianten. Gut wäre es mit diesem Vertrag. Möglicherweise eben trotzdem auf ein eher größeres Chaos mit einem ungeregelten Brexit. Aber wir tun insbesondere gut daran, uns sehr, sehr schnell auf den Weg zu machen, gemeinsam mit den Briten auszuarbeiten, um auszuarbeiten, wie das Verhältnis nach Brexit aussehen soll. Also sehr schnell auch hier mit den entsprechenden Verträgen, so wie es jetzt in der kürzeren Erklärung angelegt ist, aber in eine Vereinbarung zu kommen. Weil ich glaube, wir haben alles Interesse, nicht nur wirtschaftlich, auch im Hinblick auf Reformen, Wissenschaftler, auf die gegenseitige Freizügigkeit, aber zum Beispiel auch verteidigungspolitisch, da eine sehr enge Beziehung zu den Briten zu halten. Nochmal ganz kurz zum aktuellen Stand, jetzt in den nächsten Schritten. Ob Theresa May diesen Vertrag, so wie er jetzt ausgehandelt wurde, überhaupt umsetzen kann, überhaupt eine Mehrheit dafür bekommt. Im Moment sieht es ja eher so aus, als wenn sich die Truppen gegen sie dort versammeln, allein schon in ihrer eigenen Partei. Das ist Spekulation. Ich war oft in London in diesem Jahr, aus dienstlichen Gründen. Es sieht sehr chaotisch von außen aus derzeitig. Also die gleichen, denen das zu viel ist, sind dagegen, genauso wie denen, denen es zu wenig ist. Das ist sehr, sehr unsortiert gerade. Aber ich sage es mal ganz drastisch. Wenn die Einschläge näher kommen, dann kann es sein, dass es da noch Bewegung gibt. Also wir werden das ja sehen... Ich hoffe, ich kann es mir auch vorstellen, dass es noch Bewegung gibt, weil bei aller Vielstimmigkeit, die es derzeit im Parlament in UK gibt, bei aller Vielstimmigkeit, es gibt eine Mehrheit gegen einen unsortierten Austritt. Irgendwann muss sich diese Mehrheit hoffentlich dann auch mal Bahn brechen. Ob das jetzt gleich in 14 Tagen passiert, schauen wir mal. Aber es gäbe dann auch noch so eine Nachschlagzeit. Nachverhandelt wird nicht. Das haben, glaube ich, die Regierungschefs ziemlich klar gemacht am Sonntag. Herr Juncker hat ja auch noch mal klar gesagt. Aber sollte es in Großbritannien eine Mehrheit gegen diesen Vertrag geben, heißt das dann, die EU hat so gut verhandelt? Also Großbritannien kommt so schlecht weg. Und diese verschiedenen Perspektiven auf den Brexit und auf die Art und Weise des Brexit in Großbritannien sich jetzt gegenseitig verstärken, obwohl sie in ganz andere Richtungen wollen. Und meines Erachtens heißt das insbesondere, dass es zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger geht, zu Förderst in Großbritannien, aber natürlich auch bei uns, weil wir sind Handelspartner, wir sind Wissenschaftspartner und anderes. Und das mag man sich gar nicht vorstellen, alleine wie es dann an den Zollgrenzen aussieht. Aber auch die restlichen Fragen von Visa und, und, und. Also ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung wie Sie, dass einfach die Tatsache, was dabei herauskommt, wenn wir ungeordnet in eine solche Situation gehen, auch in London das Einsehen hat, wenn man nicht alles durchgesetzt hat. Und wenn man, teilweise kommt der Widerstand ja von denen, die eben gerade drinbleiben wollen in der EU. Also wenn man das eben nicht erreichen konnte, dass man dann wenigstens diesen Deal nimmt, weil er zumindestens eine Abfederung all der negativen Auswirkungen bedeutet. Und egal wie der Austritt nun aussehen wird, ob es dieser Vertrag wird oder nicht, sicher ist, die EU wird sich verändern? Wenn Großbritannien die EU verlässt, wird sich die EU nur zum Negativen verändern? Oder kann man die Situation nutzen als Chance, Europa neu zu gestalten? Ich bin der festen Überzeugung, die EU muss sich verändern. Und ich finde eher bedauerlich, dass die letzten zwei Jahre nicht schon dafür genutzt worden sind, über grundlegende Reformen, über grundlegende Veränderungen, sowohl bei Struktur als auch bei Inhalten nachzudenken. Ich finde, man hat zwei Jahre damit vertan, im Grunde genommen nur zu sagen, wir dürfen keine Rosinenpickerei zulassen, wir müssen es den Bröten möglichst schwer machen, damit sich ja nicht noch andere anschließen. Und das ist so ein bisschen diese negative Sicht darauf, nach dem Motto, es darf keiner mehr gehen, weil wir es so schwer machen und weil es so negativ ist. Ich finde, die Europäische Union sollte aus sich heraus überzeugen. Das heißt, wir müssen so gut sein, wir müssen uns jetzt auch besser aufstellen für die neuen Herausforderungen der Zukunft, dass überhaupt gar keiner auf die Idee kommt, sondern eher noch welche zum Club dazugehören wollen. Und das ist eine Form, ich glaube, da fehlt es vielen momentan in Brüssel, aber leider auch in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten an der Visionskraft, wohin wir diese Europäische Union führen sollten, damit sie für die Bürgerinnen und Bürger auch wieder leuchtet, damit das wieder eine Sache des Herzens und nicht des Verstands ist. Sehen Sie das auch so, dass die EU die letzten zwei Jahre in dem Sinne etwas verschlafen hat und auch einige der Regierungen wie die deutsche Bundesregierung? Im historischen Zusammenhang nein. Aktuell klar. Also im Vereinigten Königreich, die beschäftigen sich, glaube ich, mit nichts anderem als gerade den Brexit. Also alle alltäglichen Probleme, die da im Parlament regeln kann, das wird jetzt alles aufgeschoben, weil man sich mit sich selbst beschäftigt. Und ein bisschen erinnert das auch an die Europäische Union der letzten zwei Jahre, ganz sicher. Aber wenn Sie jetzt Jahrzehnte zurückgehen, dann ist das eigentlich ein normaler Konflikt in der EU. Wie weit wollen wir gehen? Wie weit soll die Integration gehen? Wer ist dabei? Machen wir eine Erweiterung? Machen wir keine? Also wir sind schon im Dauerexperiment. Wo ich aber, Frau Bär, ausdrücklich zustimme, ist, es reicht ja nicht, vielleicht kommen wir noch zu anderen Kandidaten außerhalb, das war in den Königsreichs heute Abend, wo es auch Probleme gibt, was ihre Prinzipientauglichkeit angeht. Was nicht geht, ist, dass wir sozusagen ständig nur ein negatives Bild an die Wand machen und das passiert jetzt alles Schlechtes, wenn wir nicht in der EU bleiben. Also das wird nicht reichen, die Leute zu überzeugen. Ich fand es spannend, das Zitat kennt ihr wahrscheinlich, man verliebt sich nicht in einen Binnenmarkt. Das hat Jacques Delorme mal gesagt. Das Zitat kennt jeder. Was nicht jeder weiß, ist, dass er 20 Jahre danach oder 15 Jahre danach, als er es gesagt hat, ist eigentlich, das war vor der Krise 2008, haben die meisten gesagt, er hatte Unrecht. Es reicht doch. Also vor der 2008er Krise, der Finanzkrise, war eigentlich herrschende Meinung, auch in konservativen Medien in Deutschland, der Binnenmarkt ist so erfolgreich, das reicht eigentlich. Einige Stimmen haben damals schon gesagt, nee, das langt nicht, damit identifizieren sich die Menschen nicht so sehr. Also so neu ist die Debatte nicht. Und ich würde sagen, Jacques Delorme hat recht. Aber das heißt, die vergangenen Jahre haben weder die EU noch die Bundesregierung so genutzt, dass man mit Visionen, mit Zielen nach vorne geschaut hat? Nee, nee, nee. Also wir haben jetzt, die Situation war ja, wir hatten einen Wahlkampf in Frankreich, wo ich sage, ich sage es immer ganz flapsig, Gott sei Dank hat der Macron uns vor der Le Pen gerettet, sag ich mal, den müssen wir uns jetzt nicht geben. Hat dann einen sehr ambitionierten Europaplan, mit einem sehr, sehr ambitionierten Europaplan. Und die Bundesregierung hat natürlich sehr, sehr viel getan, um das funktionieren zu machen. Also die Blockaden, die wir in der Vergangenheit hatten, vor allem im Finanzmarkt, bei der Bankenunion, bei der Kapitalmarktunion, war Deutschland ja, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, mit dem Finanzminister, mit dem Vorgänger des jetzigen Finanzministers, nicht immer der Motor. Großbritannien, Sie sprechen schon die Finanzen an, Großbritannien war in Sachen Stabilitätspolitik für Deutschland in der EU, oder ist es letztlich bis jetzt noch etwas, aber ja schon im Ausstiegsmodus, ein wichtiger Partner. Inwieweit wird sich die Europäische Union in dem Sinne dann verändern, wenn Großbritannien aussteigt? Also ich glaube, dass uns das schwächen wird, insbesondere die Seite, die zuvörderst erst mal daran denkt, dass was erwirtschaftet werden muss, bevor es verteilt werden kann. Großbritannien war eine marktwirtschaftlich aufgestellte, ordnungspolitisch klar strukturierte, strukturierte Partner in diesem Konzert. Und jetzt wird der so größer hin zu den Staaten, die erst mal ans Ausgeben, ans Verteilen, ans Umverteilen denken. Und das sieht man ja jetzt auch bei den neuesten Vorschlägen oder bis hin in der Situation Italien, quasi gegen den Rest der Welt, gegen die eigenen mitbeschlossenen gemeinsamen Regeln, ohne Rücksicht auf Verluste, jetzt eben in politischen Konsum anzufeuern, Geld auszugeben und nach Möglichkeit sich das dann auch noch von der EU finanzieren zu lassen. Das kann, glaube ich, nicht der richtige Kurs sein. Sehen Sie das auch als Problem? Na klar sehe ich die Probleme, aber ich hüte mich davor, das so zu beschreiben, wie Frau Bär das beschrieben hat. Ich teile diese, die Briten haben uns genutzt, die Franzosen wollen unser Geld, diese Nationalismen. Also diese Beschreibung von Interessen nach Ländergrenzen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Europa... Aber gibt es diese Interessen nicht? Ich war vor 14 Tagen in Paris, da gibt es die, die sagen, Macrons Vorschläge gehen nicht weit genug, die anderen sind jetzt am Wochenende in gelben Jacken auf der Straße und schmeißen Steine. Das sind Demokratien, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Auch in Deutschland ist das so. Ich kann Ihnen die Unterschiede innerhalb der großen Koalition sagen, wer da auf wen wie weit zugehen will, was die Vorschläge von Macron angeht. Es ist nicht zwischen unseren Staaten und ich nehme mir immer die Zeit, auch hier zu sagen, mach das nicht nach nationalen Grenzen. Es gibt politische Interessen in Frankreich, in Großbritannien und in Deutschland. Wir haben Alliierte und Gleichmeinung, die Sozialdemokratie in Frankreich und im Vereinigten Königreich, die Liberalen haben ihre Partner in Frankreich und in UK. Es ist keine nationalen Frage, es ist ein offener politischer Diskurs in Europa und ich wünsche mir, dass wir da zurück hinkommen. Aber wie soll die Diskussion dann laufen? Weil aus jedem Land kommen ja verschiedene Interessen und auch wenn es in jedem Land unterschiedliche Parteien und Regierungen gibt, aber Tendenzen einzelner Länder für bestimmte Richtungen, die über Jahre, über Jahrzehnte zum Teil geführt wurden, gibt es ja. Also wie sollte die Diskussion laufen, wenn Sie sagen, es soll vermieden werden, dass nationale Interessen in die Diskussion kommen? Die Frage aller Fragen. Übrigens nicht erst seit heute, sondern auch seit Jahrzehnten, seitdem es die Veranstaltung Europäische Union gibt. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir die europäischen Institutionen einbinden, also nicht nur das Europäische Parlament, aber ich komme jetzt aus dem Finanzmarkt, deswegen gibt es da Aufsichten für die Banken und für den Kapitalmarkt. Aber dass wir auch, deswegen habe ich es ja eben auch gesagt, wir können nicht zu Hause schlecht über Europa reden, damit wir einen nationalen oder parteipolitischen Vorteil haben. Das muss einfach aufhören und wir müssen in der öffentlichen Debatte auch die Menschen da klar gegen angehen, wenn man sagt, ihr könnt hier gerne im Europawahlkampf eure Unterschiede darlegen, aber ihr dürft nicht im alltäglichen Regierungshandeln sagen, alles Gute haben wir im Bundestag verabschiedet, alles Schlechte kommt aus Brüssel. Fühlen Sie sich da kritisiert? Ne, da bin ich ja völlig bei ihm. Da habe ich auch so nicht verstanden, da bin ich völlig bei ihm. Zumal man, glaube ich, auch unterscheiden müssen zwischen Europa und der Europäischen Union, in der Art und Weise, wie sie momentan aufgestellt ist. Und es hat auch viel mit dem Handeln der Mitgliedstaaten, der Staats- und Regierungschefs in dem Konzert zwischen Kommission, Parlament und Staats- und Regierungschefs zu tun. Die waren häufig die Bremse, wirklich europäisch zu denken und nicht nur zu versuchen, die eigene nationale Konzepte auf die europäische Ebene zu erweitern. Nur ich glaube, was Bürgerinnen und Bürger heute zu Recht einfordern, dann in dieser Europäischen Union, und das müssen wir in der nächsten Legislaturperiode hinbekommen, ist, dass die Regeln, die man sich dann europäisch gegeben hat, und es dauert ja häufig lang genug, um das hinzubekommen, gerade auch in Sachen Fiskalpolitik, Wirtschafts- und Währungspakt, Eurostabilität, dass die dann bitte aber auch alle anwenden, weil da kann nachher eben Solidarität nicht bedeuten, die einen zahlen und die anderen geben aus. Das wird dann wiederum, und wir sehen ja jetzt die Reaktionen in den einzelnen Mitgliedstaaten, das wird dann eben zu hochemotionalen Debatten führen, die in der Sachdebatte leider nicht zuträglich sind. Genau, wir schauen gleich noch auf Frankreich, Italien und die Finanzpolitik. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Folgen des Brexit. Die Finanzen innerhalb der EU, wenn es eine Haushaltsreform in der EU geben muss, nach dem Ausstieg Großbritanniens, und Nettozahler wie Deutschland mehr zahlen müssen. Da gab es ja auch schon Äußerungen in der Bundespolitik in Deutschland, in welche Richtung das gehen soll. Welche Richtung ist die der FDP? Also ich bin erst einmal erstaunt darüber, dass wenn ein Land ausscheidet, damit so und so viele Millionen EU-Bürger auch ausscheiden, dass die automatische Reaktion ist, dann müssen alle anderen mehr bezahlen. Also normalerweise würde man im privaten Umfeld, in einem Verein oder Sonstiges dann erst einmal sagen, okay, das schrumpft sich. Und dann müssen wir eben auch gucken, wie wir an der einen oder anderen Stelle haben wir automatisch Einsparungen oder wie wir sonst umstrukturieren können, dass es nicht automatisch mehr ist. Jetzt ja, wir haben zusätzliche Aufgaben, gerade im Hinblick, sag ich mal, in der Migrationspolitik, EU-Außengrenzensicherung. Wir werden an der einen oder anderen Stelle noch nachbessern müssen. Aber ich glaube, es sollte ein ausgeglicheneres Niveau sein, zwischen was legen wir noch obendrauf und zwischen dem, was können vielleicht auch an ineffizienten Strukturen verbessert werden. Weil wir ja sehen, dass wir zum Teil ganze Berge an Milliarden zum Beispiel in den Kohäsionsfonds vor uns herschieben, weil die Umsetzung gar nicht funktioniert. Also müssen wir vielleicht auch an diese Elemente rangehen, um da Strukturreformen vorzunehmen, um effektiver das Geld einzusetzen, was wir momentan überall einzusammeln. Also diese Situation nutzen, Herr Hackwerdi, wie sehen Sie das? Ist es automatisch so, wenn ein Land die EU verlässt, dass der Haushalt dann ähnlich groß bleibt und alle anderen einfach mehr zahlen müssen? Also aus dem Automatismus sind wir völlig raus, aus zwei Gründen. Erstens, der Brexit passiert jetzt oder irgendetwas passiert da, ganz genau wissen wir es ja nicht. Es wird verhandelt werden müssen, wie das Verhältnis Europäische Union und Vereinigtes Königreich ist. Das wird uns beschäftigen, lange beschäftigen. Aber gleichzeitig läuft der Haushalt der Europäischen Union eben aus. Wir bestimmen nach der Europawahl im Mai nächsten Jahres, gibt es eben ein Zeitfenster von sieben Jahren, wo dann in Europa passiert das ja nicht jährlich, sondern siebenjährlich. Und dort muss bestimmt werden, wofür wollen wir in Europa Geld ausgeben. Ein paar Beispiele sind ja eben schon genannt worden, ich könnte noch ein paar andere nennen. Und darüber muss es einen Streit geben. Sag mal, wollen wir Geld ausgeben für etwas, was wir besser in Europa regeln können? Und wollen wir das tun für Dinge, die man vielleicht besser auf nationalstaatlicher Ebene tun kann? Das muss die Debatte sein. Wieder weg von der nationalen Debatte bitte, sondern da kann ich Ihnen sagen, naja, bei Sonntagsreden sagen alle irgendwas von Schutz der Außengrenze und Migration. So, wenn da aber jetzt mal Butter bei die Fische kommt und das die Europäische Union tun soll, dann müssen wir da auch 50 Cent mehr für ausgeben. Dann darf man nicht das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, nee, wir wollen jetzt aber weniger ausgeben, weil UK die Europäische Union verlässt. Also da muss man eine offene Debatte, unabhängig davon, was mit dem Vereinigten Königreich passiert, führen. Was wollen wir, was soll europäische Aufgabe sein? Was kann Europa besser als die Nationalstaaten? Das lohnt sich übrigens immer drüber zu sprechen in regelmäßigen Abständen. Also insofern ist das ein normaler Vorgang, aber da stecken wir... Aufgabenabhängig soll entschieden werden, wie groß der Haushalt ist und was das dann durch den Ausstieg Großbritanniens ja für Deutschland heißt. Ich sage immer, ich sehe das gar nicht so sehr in Verbindung mit dem Vereinigten Königreich. Das ist jetzt nur eine haushalterische Einnahmenfrage, aber die Frage, was wir für Aufgaben haben, ob das die Außengrenze angeht, ob wir zum Beispiel im Falle von Finanzmarktstabilität auch einzelne Mitgliedstaaten vorher fördern, bevor es knallt, oder ob wir Haushaltsmittel für die, die sich besonders gut oder einfach nur normal an die Regeln und die Spielregeln der Europäischen Union halten, belohnen und andere vielleicht nicht so sehr. Darüber können wir mal reden. Darüber könnten wir reden, völlig unabhängig vom Vereinigten Königreich. Aber der Zufall will es, dass der neue Haushalt nächstes Jahr verabschiedet werden sollte für die nächsten sieben Jahre der Europäischen Union. Und deswegen kann man darüber jetzt besonders gut sprechen. Ich finde, auch vor einer Europawahl lohnt sich die Debatte. Aber unabhängig von den Aufgaben geht es ja eben dadurch, dass Großbritannien die EU verlässt, darum, dass ein Nettozahler die EU verlässt. Das heißt, es verschiebt sich was im Haushalt. Gibt es für Sie denn eine bestimmte Grenze, wo Sie sagen, Deutschland darf keinen Cent mehr zahlen? Da würden wir nicht zustimmen? Nein, es geht doch nachher darum, dass wir es gescheit machen an der Stelle. Da bin ich sehr bei Ihnen auch zu sagen, wir müssen eine Ebenenkritik mal wieder grundsätzlich führen. Was sind die Aufgaben, die wir wirklich nur gemeinsam, wo wir mit 27 stärker sind, auch besser sind im Ergebnis? Aber ich würde dann auch die andere Frage anschließen, was sind dann auch die Sachen, die wir wieder viel stärker nicht nur in den Mitgliedstaaten, sondern in den Regionen überlassen können? Weil ich finde, die Europäische Union hat es sich teilweise sehr einfach gemacht, weil sich an die großen Fragen, also Migration, auch viele Fragen der stärkeren Zusammenarbeit in der Außenpolitik, stärker Zusammenarbeit in der Entwicklungszusammenarbeit, Sicherheit nach innen und nach außen, nicht so richtig vorwärts gekommen ist. Dann hat sich viel im Kleinkram gesucht, wo wir an und für sich ja als eine Einheit in Vielfalt sagen, das ist sogar Aufgabe der Regionen, nicht nur der Mitgliedstaaten. Also ich finde, da muss man dann die Aufgabenkritik in beide Seiten machen und gleichzeitig auch strukturell. Wir haben Einsparpotenziale, wenn wir die Kommission verkleinern. Ich habe nie verstanden, dass man nicht auch über eine Verkleinerung des Europaparlaments nachgedacht hat, aber auch die Frage, zwei Sitze zu haben mit Straßburg und Brüssel für die Arbeit, die das Europäische Parlament zu leisten hat, ist etwas, was man dann nochmal grundlegend angehen sollte. Und meines Erachtens können wir nicht so wie in der Vergangenheit nur innerhalb des jetzigen Rahmens der europäischen Verträge diskutieren, sondern wenn man das wirklich visionär, auch mit Führungskraft nach vorne führen will, dann ist meines Erachtens auch die Zeit gekommen, zu sagen, dann müssen wir an dem einen oder anderen Punkt eben auch an die Verträge ran. Sonst werden wir es nicht zukunftsfähig aufstellen. Sie beide sind gegen den Brexit oder hätten sich den Brexit nicht gewünscht. Wir hätten es uns anders gewünscht. Ich meine, man muss das akzeptieren, was die Briten da entschieden haben. Es ist immerhin eine demokratische Abstimmung gewesen. Genau, aber wie fast alle Politikerinnen und Politiker in Deutschland hätte es sich, wie gesagt, fast kein Politiker in Deutschland gewünscht, dass Großbritannien die EU verlässt. Was sind denn die Lehren daraus, dass es in Großbritannien zum Brexit kommt? Haben Sie Ihre Einstellung überdacht oder diskutiert, was direkte Demokratie, was Volksabstimmungen angeht, was öffentliche Diskussionen angeht? Können wir auch in Deutschland daraus Lehren ziehen, was da in Großbritannien passiert ist? Bestimmt, wir sollten da Lehren daraus ziehen. Man muss aber auch sehen, bevor man dazu kommt, welche Lehren man zieht, wo es Unterschiede gibt. Es gab historisch im Vereinigten Königreich eben einen, den nenne ich mal konservativ-liberalen Block, der die ganze Geschichte mit Europa sowieso nicht gut fand, auch schon Mitte der 70er Jahre nicht gut fand. Das war aber keine Mehrheit. Und dann gab es andere, die fanden das ganz gut. Die waren eine Mehrheit, ich sage mal ein Drittel, ein Drittel. Und in der Mitte war sozusagen diejenigen, die die Meinung gebildet haben zur demokratischen Mehrheit. Und die ist uns jetzt erst in den letzten Jahren verloren gegangen. Denn es gab ja mal eine Mehrheit im Vereinigten Königreich für den Beitritt. Und mich interessiert dieses Drittel und wie das tickt und warum das so war. Und ich bin da auch noch mit meinen Überlegungen nicht zu Ende. Aber wir haben ja lange die Debatte geführt über rechten Populismus, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Kontinentaleuropa und dann eben im Vereinigten Königreich, wie öffentliche Debatten geführt wurden. Wir können uns ja an die Busse erinnern, wo dann irgendeine Fantasiezahl draufstand. Das ist dieses Anti-Brüssel-Narrativ. Wir müssen nur austreten, dann kriegen wir sozusagen Geld zurück. Das ist natürlich furchtbar naiv. Aber es reicht nicht, das sagte ich ja am Anfang, einfach nur diese negativen Chaos-Geschichten zu erzählen. Ich kann meinen Wählerinnen und Wählern nicht sagen, ihr müsst jetzt alle in der EU bleiben, sonst wird alles schlechter. Obwohl es so ist. Das reicht aber nicht. Wir müssen uns schon bemühen zu sagen, warum wir, was es uns allen gemeinsam bringt. Es muss Spaß machen, drin zu bleiben, sage ich jetzt mal ganz deutlich. Das ist ja der italienischen Regierung auch nicht gelungen, das zu vermitteln. Obwohl es wirklich einen großen Vorteil gibt für die Italiener, drin zu bleiben. Und auch ihren Haushalt gemessen an unseren Regeln aufzustellen. Es gibt ein Interesse, aber es ist nicht gelungen, das zu vermitteln. Und deswegen wehre ich mich auch so gegen diese nationalen Narrative, sondern wir leben verdammt gut mit der Europäischen Union. Wir alle, wir könnten sogar noch besser leben in der Europäischen Union. Ich sage das mal am Beispiel. Ich komme aus dem Hamburger Süden. Das Flugzeug Airbus, das ist so, wie es jetzt fliegt, gar nicht denkbar ohne Europäische Union. Tausende von Arbeitsplätzen sind bedroht im Vereinigten Königreich. Das, was die einen unter gekrümmten Bananen verstehen, ist bei mir so ein Barometer aus dem Airbus A320. Da wird die Sache schon ziemlich klar, dass das überall gleich sein soll. Das ist nicht so trivial wie eine Gurke oder der Form aus irgendeinem landwirtschaftlichen Produkt. Wir müssen den Menschen erklären, warum das eine gute Sache für uns ist. Permanent. Und wir müssen die angehen, die uns was anderes erzählen wollen. Und dann haben Sie keine Furcht vor Volksabstimmung. Die Volksabstimmung, das ist so eine Sache. Also ich glaube, man kann sich am Ende, man darf keine Entscheidung als Parlament gegen einen erklärten Mehrheitsfilm der Bevölkerung machen. Also wo gehen wir da hin? Das funktioniert nicht. So, die Frage ist dann, wo will man das machen und wo nicht? Wir haben Erfahrungen gesammelt auf kommunaler Ebene mit guten Beispielen. Ich würde sagen, aus meiner Heimatstadt Hamburg schlechte Beispiele. Also zum Beispiel um die Einführung von einem längeren gemeinsamen Lernen in Grundschulklassen ging. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Andere haben eine andere Meinung. Aber der Brexit ist, also wenn sich, ich habe 585 Seiten Austrittsabkommen. Davon 200, fast 200 Seiten nur das Grenzregime zwischen Nordirland und Irland. Ist das vielleicht ein bisschen zu komplex, um es auf eine Ja-Nein-Frage zu reduzieren? Also dann die Frage, worüber willst du abstimmen und worüber nicht? Darüber müsste man dann aber auch vertieft nachdenken. Frau Bär, Volksabstimmung? Ich glaube, dass da vor allem bei dieser Abstimmung noch sehr viel mehr mitgeschwungen hat. Zum einen, vielleicht vorneweg nochmal in einer Frage muss ich sie korrigieren, weil die Freidemokraten, unsere Liberalen, unsere Freunde von den Lib Dems in Großbritannien haben nun sehr gefochten, dafür drin zu bleiben. Das war nun also wirklich eine Partei, die insgesamt sehr eingetreten ist bei der Abstimmung, dass es anders ausgeht. Aber ich habe wahrgenommen, dass noch mehr Sachen mitgeschwungen haben. Zum einen nicht nur eine Frage, wie stehe ich zu Brüssel? Und da ging es ja eher um Brüssel, also um eine als technokratisch wahrgenommene Verwaltung, die mir reinregiert, in Punkten, die drin sind. Ja, weil ich glaube, es ist weniger über Europa diskutiert worden, als über die Art und Weise, wie wir das momentan organisieren. Ich habe wahrgenommen, dass es in weiten Bereichen Großbritanniens auch eine gewisse Abwehr gegen London gab. Die Art und Weise, wie London, die Regierung, aber auch der Finanzmarkt dort aufgestellt sind, wo eine Spaltung ist. Wir haben ja auch sehr unterschiedliche Abstimmungsverhalten gesehen in London, in den großstädtischen Bereichen, um auf dem Land, also wo man sich eher auch innenpolitisch abgehängt gefühlt hat. Und es war nachher ja auch ein innenpolitischer, eher auch sogar parteipolitischer Ausgangspunkt überhaupt, es zu dieser Abstimmung zu treiben, als Kremlund seine Position absichern wollte und glaubte, das damit zu können. Und der Schuss ist richtig nach hinten losgegangen. Also von daher, meines Erachtens, summa summarum, die Europäische Union hat nicht wirklich einen so attraktiven Zustand gehabt, dass die Briten sagen, das wollen wir auf jeden Fall. Und mit anderen Herausforderungen, die dann aufgekommen sind, gerade in der Migrationsfrage, die ja leider sehr emotional betrieben in Großbritannien bei dieser Abstimmung eine große Rolle gespielt hat, ist das natürlich etwas, was dann ein Gemisch gegeben hat, aus unterschiedlichsten Gründen, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Das Ergebnis ja dann auf jeden Fall mitentscheidend. Schauen wir noch etwas weiter. Dieser Brexit zum ersten Mal ein Austritt eines Landes aus der EU. Gibt es da andere Kandidaten, die sich das abgucken könnten? Andere Länder in der EU, wo sie befürchten, da könnte jemand in den nächsten Jahren die EU ebenfalls verlassen wollen oder darüber abstimmen? Also ich möchte alles daran setzen, dass das nicht der Fall ist, weil wir diese EU so reformieren, weil wir sie so auf gescheite Grundlagen setzen, dass das gar nicht die Frage nachher ist, weil es eben nicht nur vom Verstand her, von den Wirtschaftszahlen, wie viel exportiere ich, wie viel importiere ich, wie viel kriege ich aus der EU, wie viel muss ich einzahlen, eine sinnvolle Sache ist, sondern weil es einfach aus der Grundidee heraus, von den Werten her, von dem Frieden, auch dem Freiheitsprojekt, nicht nur von der Wohlstandsfrage, eine gute Sache ist, da mit dabei zu sein. Weil nachher ist es doch auch die Frage, nicht nur wir 27 untereinander, sondern haben wir als Europa, als europäische Nationen, noch ein Gewicht in den sich ja sehr verändernden internationalen Beziehungen, können wir das, was wir als gemeinsame Werte, als gemeinsame Fundamente haben, als Prinzipien, auch noch in diesem Dialog einsetzen? Oder ist es irgendwo zwischen den Trumps, China, Putin, eine Welt, die sich jetzt leider in eine ganz andere Richtung entwickelt? Und das werden wir nicht als Deutsche, das werden wir nicht mit einer deutsch-französischen Achse, das werden wir nur mit einer geeinten Stimme, klar auf diesem Wertefundament, als Europäer können. Und Frau Beer hat gerade Werte erwähnt, aber kann man denn Länder wie Polen oder Ungarn wirklich davon überzeugen, mit den aktuellen Regierungen, dass die Werte, die wir eigentlich teilen in der Europäischen Union, ein Grund sind, um in der EU zu bleiben? Das ist ja in der bisherigen Debatte eigentlich nicht der Fall. Da muss ich jetzt mal eine Lanze für Polen brechen. Also wenn da 50 Prozent zur Wahl gehen und davon dann ein bisschen mehr als ein Drittel die PiS wählen, dann ist das keine Mehrheit gegen die Werte. Deswegen sage ich ja die aktuelle Regierung. Die Regierung, haben Sie richtig gesagt, weil es in Ungarn vielleicht anders aussieht. Also da mache ich einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob das schon gekippt ist in Ungarn. Die Werte sind noch sehr breit getragen. Und dann komme ich nochmal zurück zu Deloyer. Reicht es sozusagen, die Binnenmarktgeschichte zu erzählen? Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr erzählen, damit man sich mit den Werten auch identifizieren kann. Ich glaube, dass es eine Sorge gibt, egal in welchen Ländern der Europäischen Union, egal wie gut oder schlecht verdient wird. Das sagen mir die Umfragewerte und die Wahlergebnisse der letzten Wochen, Monate und Jahre in Deutschland auch, dass es eine Sorge um die Zukunft gibt. Selbst wenn es einem persönlich gar nicht so schlecht geht. Das ist die Sorge vor dem, ich nenne es jetzt mal ganz verallgemeinert, der Globalisierung und was das für mein eigenes Leben für Auswirkungen hat. Und wenn es uns gelingt zu erklären, dass die Europäische Union der größte, schwerste Anker ist, den wir eigentlich haben, um unser Wertesystem, unser wirtschaftliches Zusammenleben, unseren Wohlstand und unsere Sicherheit zu verteidigen, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen um die Landbevölkerung in Polen. Auch die kriegen wir noch. Aber wir müssen dann natürlich auch handlungsfähig sein. Und diese Handlungsfähigkeit, und deswegen will ich mal ganz technisch auf Ihre Antwort antworten, auf Ihre Frage antworten, ob es noch weitere Länder gibt, das weiß ich nicht. Hätten Sie mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich natürlich selbstverständlich gesagt, dass die Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs sich niemals für den Brexit entscheiden werden, weil es nicht ihren Interessen entspricht. Wenn ich jetzt die Interessenlage durchgehe in Italien, in Pone oder Ungarn, es spricht auf gar keinen Fall den Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen wird sich das Fazit, das wir ziehen müssen nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten, ist, es gibt irrationale Entscheidungen im Willensbildungsprozess. Und wir dürfen uns nicht einfach nur zurücklehnen und glauben, das läuft schon, sondern wir müssen dann auch verantwortlich handeln. Da kommt Deutschland und Frankreich eine ganz besondere Bedeutung zu, qua Größe, in der Verhandlung zuerst, weil wir die Größeren sind, und dann später eben uns, so wie wir wirklich sind im globalen Maßstab, nämlich genauso klein wie alle anderen europäischen Mitgliedstaaten, auch wenn es um China und Russland und den Vereinigten Staaten geht, um dann nicht nur eine Geschichte zu erzielen, sondern das Emotional zu fielen, gemeinsam werden wir die Globalisierung hier im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger gestalten können. Wenn wir die Geschichte nicht wirklich glauben, dann kann das passieren, was Sie sagen. Aber wenn wir wissen, dass es mit der EU geht, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es keine weiteren Kandidaten gibt. Und für diese positive Geschichte über Europa und die EU ist es natürlich auch hilfreich und wichtig, dass es nicht immer wieder neue Bauchstellen und Probleme gibt, wie Italien aktuell mit den Schulden, die steigen. Die Regierung aus Links- und Rechtspopulisten dort ist bisher nur mäßig gesprächsbereit und lässt den Haushalt immer weiter ansteigen und verstößt gegen die EU-Haushaltsdisziplin. Wie geht es denn da weiter jetzt? Na gut, wir sind jetzt auf dem Weg in die weiteren Schritte des Defizitverfahrens. Ich glaube, es ist auch richtig, an der Stelle klar zu sagen, das haben wir so vereinbart, das ist jetzt der Weg, den wir gehen müssen. Aber es reicht natürlich alleine nicht aus. Weil gerade in der Art und Weise, wie sich momentan die italienische Regierung aufstellt, laufen wir sonst Gefahr, dass da zwei Züge aufeinander prallen und am Ende nur Verlierer übrig bleiben. Ich würde mir von der Europäischen Union, von der Kommission wünschen, dass wir parallel noch einmal die Gesprächskanäle viel, viel deutlicher haben, dass es da auch jenseits von einem Schlagabtausch in den Medien, wo jeder zeigen muss, dass er hier hardcore unterwegs ist, wirklich inhaltliche Gespräche gibt, um die Probleme, die es in Italien gibt, auch auf eine andere Art und Weise zu lösen. Italien hat einen riesigen Altschuldbestand, der auch noch mit sehr hohen Zinscoupons versehen ist. Also da zum Beispiel, um eine Umstrukturierung, zum Beispiel auch Verlängerungen von Laufzeiten nachzudenken, damit auch eine gläubige Beteiligung mit reinzunehmen. Gleichzeitig damit neue Luft zu schaffen für Investitionen an der Stelle, wo es um Wettbewerbsfähigkeit, wo es um das Schaffen von Arbeit geht, damit ich eben nicht nur einseitig in den Konsum gehe, dass Geld schnell verbrannt ist, aber keine Nachhaltigkeit entsteht. Ich glaube, dass wir ein Interesse an solchen Punkten haben, mit den Italienern da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil das, was wir jetzt sukzessive sehen werden, ist, dass der Kapitalmarkt erst einmal reagiert auf das, wie Sie auch schon beschrieben haben, sehr irrationale Handel in der italienischen Regierung. Das heißt, es wird auch noch im Neuschuldenbereich teurer. Das heißt, die Freiräume, die man sich schafft, werden weggefressen. Und was wir auf alle Fälle verhindern müssen, ist, dass es am Ende so wenig Vertrauen in den italienischen Staat, in die Handlungsfähigkeit gibt, dass es zu einer Kapitalflucht kommt. Weil das fängt dann an, die Brandherre querzusetzen, dann geht es ins Kippen und dann werden wir viel größere Probleme haben als mit Krieg. Aber bei all dem ist ja die Frage, ist die aktuelle italienische Regierung überhaupt an einer Kooperation, an einer Zusammenarbeit da interessiert? Oder sieht es so aus, dass man da auf Konfrontation wirklich gehen will, was man ja bisher macht? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich bin kein Experte für Italien, ich bin kein Italien-Experte, aber ich kenne mich im Kapitalmarkt ein bisschen aus und in den Bilanzen italienischer Banken. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und ich sage immer, was die größte Tragödie wäre. Die größte Tragödie wäre, wenn das, was vielleicht die italienische Regierung Gutes für ihre armen oder nicht so wohlhabenden Wählerinnen und Wählern erreichen will, wenn sie dieses Geld, mit dem sie sich verschuldet, tatsächlich am Ende den Kapitalmarkt geben muss für mehr Zinsen. Das wäre eine echte Gratulie. Das wäre so grausam, auch aus Binnensicht der italienischen Regierung, das wäre ganz schlimm. Ich glaube, dass man erstens formell da wirklich klar machen muss, wo die Regeln und Werte der Europäischen Union sind. Das gilt in Artikel 7 Verfahren, wenn man sich nicht an Rechtsstaatlichkeit hält. Und das muss das Defizitverfahren sein, wenn man sich nicht an die Haushaltsregeln hält. Aber gleichzeitig muss man auch, da bin ich wieder an der, da muss man das auch ein bisschen differenzierter sehen, obwohl die Regierung jetzt wirklich, ich meine, ich bin Sozialdemokrat, ich halte von der Regierung nicht viel, das können Sie sich vorstellen. Aber die Reform, die Italien in den letzten Jahren angestoßen hat, das ist schon nicht schlecht. Die hatten trotz ihrer vielen alten Schulden Primärüberschuss. Das heißt also, die haben einen ausgeglichenen Haushalt, sogar mit Mehreinnahmen gehabt, wenn man die Schuldenlast der vergangenen Jahre abzieht. Und jetzt machen die 2,4 Prozent Defizit. Ich glaube, Frankreich hat die letzten drei Jahre noch mal ein bisschen mehr gehabt. Wobei man sich dann darüber streitet, und da bin ich übrigens ganz bei Frau Beer, wo man sich durchstrahlen kann, was macht ihr jetzt mit dem Geld, das ihr neu aufnimmt. So, und deswegen kann das auch eine gute Geschichte werden. Es wird aber in Italien das Geld vor allem im sozialen Bereich ausgegeben, für Rente, Arbeitslosenunterstützung und so weiter. Ich meine, wenn man es jetzt mal zwischen den Ländern vergleicht, die Ankündigungen im Moment von der SPD in Deutschland gehen ja in die ähnliche Richtung, eben im sozialen Bereich mehr Geld auszugeben. Ich glaube, das können Sie nicht ganz vergleichen. Wir erfüllen die Maastricht-Kriterien heute. Wir sind unter 60 Prozent mit diesem Haushalt ausgeglichener Haushalt. Unser Arbeitsmarkt boomt und knallt richtig. Aktuell aber die Versprechen, die Ankündigungen, das sind ja mehr Investitionen, die ja auch irgendwo getätigt werden müssten. Also entweder irgendwo anders gespart werden, was in Italien nicht gemacht wird. Wir können in Deutschland gerade sowohl im öffentlichen Sektor ausgeben, wir können investieren und wir können auch in den Konsum sogar was machen. Das ist in Italien mit den langfristigen Herausforderungen ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, was gut wäre, ist, wenn wir uns sachlich streiten, was eigentlich gute Haushaltspolitik ist. Und das ist auch eine Chance, wenn die Kommission sich jetzt mit der italienischen Regierung an einen Tisch setzt und nicht einfach sagt, den Taschenrechner rausdruckt und sagt, jetzt streichen wir das zusammen, bis ihr unter drei Prozent seid, sondern dass man sagt, wofür gebt ihr das Geld eigentlich aus? Vielleicht können wir auch ein bisschen, was das hatten Sie ja angedeutet, vielleicht können wir auch hier und da einen Puffer schaffen, wo wir Belastungen aus der Vergangenheit vielleicht anders herausrechnen. Aber immer ein solidarisches, investiert ihr in langfristig, dann wollen wir auch. Sodass in Wahrheit muss sich die italienische Regierung jetzt erklären, wollen wir auf Kosten Europas unseren eigenen Wählern zeigen, dass wir uns mit allen anlegen oder wollen wir eine europäische Gewinnerstory haben? Ich verstehe übrigens für Menschen in Süditalien, dass die Zweifel haben, ob die Europäische Union wirklich immer auf ihrer Seite ist. Ich verstehe das subjektiv. Aber das ist auch eine Gelegenheit zu zeigen, doch, sind wir, weil wir auf der Seite aller Europäer sind. Die Zeit drängt leider, wie in der Realität haben auch wir uns mit dem Brexit zu viel beschäftigt hier in der Sendung. Wir wollen auch nach vorne schauen. Und um nach vorne zu schauen, schauen wir ein gutes Jahr zurück auf eine Rede von dem französischen Präsidenten Macron, der an der Sorbonne-Universität eine Rede gehalten hat mit seiner Vision von Europa, mit Reformvorschlägen, die er gemacht hat. Darauf hat er vor allem aus Deutschland lange keine Antwort bekommen. Trägt Deutschland, die deutsche Bundesregierung mit Schuld daran, dass sich, wie wir am Anfang der Sendung ja schon angesprochen haben, in den letzten ein, zwei Jahren Europa sehr mit dem Brexit und schwierigen Baustellen beschäftigt hat, aber nicht so richtig weiter nach vorne geschaut hat? Meines Erachtens ja. Macron, die Sorbonne-Rede, wäre ein guter Anlass gewesen, weil es das erste Mal wirklich wieder ein europäischer Regierungschef ist, der mit Charisma, der mit Werft, der mit einer Vision und gleichzeitig sehr viel auch Emotionalität für diese Vision nach vorne gegangen ist, klar über die Grundlagen zu sprechen, mit denen wir Europa nach vorne in die Zukunft entwickeln wollen. Und zwar für die Menschen, die in diesem Europa leben und nicht nur für irgendwelche Strukturen oder Bürokratien. Da gibt es jetzt allmählich, langsam, vorsichtig tasten einzelne Antworten. Damit ich nicht falsch verstanden werde, ich bin mit Macron nicht in allen Fällen überein. Ich finde auch hier so ein bisschen das Überlegen, Geld einzusammeln, um dann wieder zu verteilen, vor dem Hintergrund, dass wir schon sehr, sehr viele Töpfe in Europa haben. Etwas, wo man durchaus noch einmal nachfragen sollte, wofür ist das eigentlich gedacht? Was wollt ihr damit machen? Geht es um Konvergenz? Geht es um Stabilisierung? Haben wir nicht solche Instrumente schon? Sollte man die nicht vielleicht verbessern? Aber da kann man drüber diskutieren. Nur, dass man so gar keine Antwort kriegt, dass es so gar keinen Führungsanspruch, visionäre Kraft in der deutschen Bundesregierung vor und nach der Bundestagswahl gegeben hat. Und das, finde ich, ist eine verlorene Zeit. Herr Hart-Werdi, wie konnte das passieren? Es ist nicht so passiert. Also man kann natürlich viel kritisieren. Wir hatten die Wahl in Frankreich, dann hatten wir irgendeinen Regierungsversuch, an dem der FDP, glaube ich, auch beteiligt war. Dann sind wir ins Boot gekommen und wir haben einfach auch eine innerpolitische Auseinandersetzung in Deutschland, wie man damit umgeht. Dann haben wir den liberal-konservativen Block, zu dem Ihre Partei auch gehört. Und dann eben die Sozialdemokratie, die bereit wäre, ist ja kein Geheimnis, dass wir der Motor, der europapolitische Motor dieser Regierung sind. So, und jetzt mit dem neuen Finanzminister, das ist auch ein bisschen einfacher als in der Vergangenheit, das stimmt. Aber wir haben es, es ist uns auch noch nicht gelungen, die Geschichte genau zu erzählen, warum das eigentlich gut für uns ist. Ich sage es immer so, die Metapher von den Töpfen, mit Verlaub, Frau Kollegin, das gefällt mir gar nicht. Wir haben Milliarden aufgebracht, Milliarden aufgebracht, um Banken zu retten in Europa mit Steuergeldern. Das darf uns nie wieder passieren. Und deswegen Elemente, die man vorschlägt zur Finanzmarktstabilität zu diskreditieren als Topf, der dann wieder verteilt wird. Ich sage mal Arbeitslosenrückversicherung. Da denkt der normale Mensch daran, mit der Dogmatik oder mit dem Wording, das die FDP und die CDU verwendet, dann nimmt man Beitragszahler in Deutschland und gibt das den französischen oder portugiesischen Arbeitslosen. Das hat nie jemand gesagt. Es geht um ein Instrument der Finanzmarktstabilität, damit wir nicht wieder, wenn uns die Finanzmarkte um die Ohren fliehen, wenn der Druck durch den Kapitalmarkt passiert, dass wir da nicht wieder unter Druck geraten. Wenn wir darüber reden, wir haben einen Eigenkapitalanteil, das ist sehr technisch, aber das ist wichtig. Wir hatten 2008 einen Eigenkapitalanteil von zum Teil unter zwei Prozent, zum Beispiel bei großen Instituten wie der Deutschen Bank. Wir haben jetzt final durchgesetzt bei den großen Instituten acht Prozent Eigenkapital. Wer sich auf dem Bankenmarkt nicht auskennt, weiß, das sind Welten zwischen. Und das war immer gegen den Widerstand derjenigen, die gedacht haben, nein, der Markt, der Wettbewerb wird das regeln. Da haben sich linke Kräfte durchgesetzt, die proeuropäisch waren. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber wir haben noch an entscheidenden Stellen genau da keinen Fortschritt gemacht, wo wir nach wie vor falsche Anreize setzen. Dass zum Beispiel Staatsanleihen noch nicht durch Eigenkapital entsprechend unterlegt werden müssen, hat ja zu einer Politik des billigen Geldes geführt. Und zum Beispiel zu den Möglichkeiten, überhaupt so viel anzuhäufen und diese Risiken in unsere Bank, aber auch in die Bilanz der EZB zu schaffen. Das sind ja Sachen, die quasi wie ein Sprengstoff angelegt sind an der Stelle. Und mir geht es in der Diskussion momentan viel zu wenig darüber, wo wir investiv nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit erzeugen können, wo Arbeitsplätze entstehen, wo neue Ideen gefördert werden. Es sind immer wieder nur irgendwelche kurzfristigen Instrumente, die schnell Feuerwehr spielen sollen und wo sich andere Staaten dann darauf verlassen können, dass sie keine Reform machen. In dem Moment, wo sie das an Reformtätigkeit, zum Beispiel an die Vorschläge auch im Hinblick auf die nationalen Haushalte koppeln, in dem Moment, wo sie klar machen, das ist kein Girokredit, um eben mal gerade zu überziehen und wieder Wähler zu befriedigen, dann kann man in der Detail diskutieren. Nur das ist ja sowohl beim Eurogruppenbudget als auch bei der Arbeitslosenversicherung bislang ja noch alles im Wagen. Womit wird sich die SPD in dieser Legislaturperiode in der Großen Koalition, wo es ja da nicht immer eine Meinung gibt bei der Europapolitik, womit wird sich die SPD durchsetzen können? Durchsetzen? Das werden wir sehen. Ich glaube, es ist wichtig zum Mai nächsten Jahres. Ich bin übrigens kein Skeptiker. Ich glaube, dass die Wahlbeteiligung bei der Europawahl uns positiv überraschen wird. Die SPD? Die Wahlbeteiligung insgesamt. Wir wissen ja, dass wir in der Krise sind, was die Umfragewerte angeht. Sondern ich gehe darum, die europäische Geschichte zu erzählen. Und nicht, dass Leute sich frustriert abwenden und entweder gar nicht zur Wahl gehen oder die, die das Haus anstecken wollen, wählen. Da bin ich gar nicht so negativ gestimmt. Ich glaube, dass es allen Parteien, auch der SPD, gelingen muss, eine Antwort darauf zu finden, wie beschützt uns Europa auch vor den Effekten der Globalisierung? Erste Frage. Zweite Frage. Sind wir international handlungsfähig? Ich hoffe, dass es heute zwischen der Ukraine und Russland nicht zum Eskalation kommt. Aber ich kann Ihnen sagen, für zukünftige Herausforderungen weltweit wäre es ganz gut, wenn wir außenpolitisch und sicherheitspolitisch gemeinsamer stünden. Sondern dann habe ich schon zwei Punkte, mit denen die SPD in die Büt gehen kann, was das soziale Europa angeht und was eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Ich glaube, da können sich viele Menschen hinter versammeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Eine kurze Frage noch speziell zur FDP hier. Lindner-Macron wurde ja schon öfter berichtet, erst die Ablehnung eigentlich der Macron-Vorschläge, dann aber ja durchaus Diskussion darüber, ob man im EU-Parlament zusammenarbeiten könnte und womöglich eine gemeinsame Fraktion erstellt. Entwickelt sich da eine feste politische Verbindung, Lindner-Macron, zwischen der FDP und Macrons Bewegung? Ja, das war auch nie eine Ablehnung im Sinne von die Macron-Vorschläge, sondern es war lediglich auch Diskussionsbedarf. Auf der einen Seite Unterstützung, sagt mal Beispiel Europäische Armee, oder auch in der Innovationspolitik viel stärker zusammenzuarbeiten. Wir machen jetzt eine deutsche Agentur für Sprunginnovation. Ich würde das gleich in der europäischen Dimension denken wollen. Aber auf der anderen Seite für ein nach wie vor ja sehr nur vage umrissenes, zum Beispiel Euro-Gruppenbudget, die Nachfrage. Und ich glaube, das muss erlaubt sein, wenn wir da mit so vielen Steuergeldern an der Stelle umgehen. So, wir haben jetzt eine Allianz vereinbart zwischen den liberalen, freidemokratischen Kräften in Europa und La République en marche. Das heißt, wir gehen gemeinsam in diesen Wahlkampf, um dann auch im Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten, weil wir glauben, dass es Not tut, in der jetzigen Situation die Kräfte aus der Mitte der Gesellschaft, die bereit sind für Veränderungen, für Reformen, um dieses Europa besser zu machen, zu bündeln und damit auch eine ja faktisch seit 27 Jahren bestehende große Koalition aufzusprengen und mit diesem besseren Europa auch die Populisten klein zu halten, und zwar am Linken wie am Rechten Rand. Ein spannendes Ring um die richtigen Themen und den richtigen Weg für die Europäische Union bis zur Europawahl. Unsere Zeit ist leider um. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für die Diskussion heute Abend. Danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse. Das war mal wieder unter den Linden für eine besser informierte Republik. Vielen Dank.